Wo muss ich hin, Trash? Hinter dem Versorgungstrakt ist ein Lastenaufzug, der bringt dich hoch zum Transkonder. Brian, du musst dich beeilen! Hey! Gehen! Gehen! Das Ding kommt zurück. Wir müssen in den Tunnel. Haben Sie Feuer! Ich kann das Ding nicht abschütteln! Predator hat das Ziel erpasst. Zerstören Sie es! Das ist nicht wahr. Oh, 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 oh.